Oatman Okay, jetzt komm Hallo Wir sind überall an die üblichen Stellen Geil, wieder ein Hammertag Corona hat uns voll im Griff Viel Spaß, Mane Schattel kommt Gerade Gangster Obergangster Das tut es Wir sind jetzt hier in Knobelsdorf Das ist irgendwo am Ende der Welt bei Thüringen Hopp, hopp, hopp Das ist eine Schade Das ist ein Schade Komm schon, das ist ein Schade Und dann Mani ist bereit, oder? So, heute machen wir Juppern und Fahrt zum Gründen. So, heute machen wir Juppern. Oh, mit Juppern bin ich heute am Kronplatz. Jetzt lässig drauf auf 2.5, jetzt auf 3.000, ganz easy mit dem 28-Meter-Bad. Jetzt schauen wir mal, das ist total ein lange, fette Holke. 1.5. 3. 1. 1. 2. 3. Wir sind ganz schön dampfig, war jetzt so besonders gut. Ich habe einen schönen Pass gekriegt, da wurde er aufgegangen, es ist auf 2.5. Jetzt bin ich unten in Oberthiljahr und mal schauen, wie weit ich im Lesachtal komme. Gehen wir mal wieder fliegen oder? Gehen wir mal wieder. Jetzt bin ich mit dem Peter am Vertriolo an der Pana Rota. Schauen wir mal, was wir dahin fertig bringen. Der gefällt mir nicht mehr, da gehe ich raus. Ah, ist ein netter Flug. Wo bist du? Gehandelt. Wo? Ein roter Auto. So, ziehen wir nach rechts, fahren wir mal wieder den Campingplatz fahren lassen. Frau Späder, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe gelanden müssen. Er hat mit dem Mercedes Cabriolet vom Landeplatz hierher gefahren. So richtig altersgerecht. So richtig altersgerecht. Ja, hat der schon auf dich gewartet? Ja. So richtig altersgerecht. So richtig Altersgerecht. Bei der Pana Rota. So richtig altersgerecht. Egal, das ist ja so.